Hallo, das ist die Martin-Lechner-Band. Da hinten steht der Patrick am Bass. Das ist der Andi am Schlagzeug da hinten. Der Roland am Klavier. Der Olli an der Gitarre. Und da hinten, irgendwo im Dunkeln, sitzt der Dave, der spielt Saxophon. Wir sind gerade im Birdseye am Soundcheck. Wir spielen heute Abend in Basel. Und solange die Jungs noch was am Machen sind, habe ich gedacht, nutze ich die Zeit für ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir sind nämlich nominiert für den Swiss Jazz Award 2012. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns ein bisschen unterstützen. Das ist ein Online-Voting. Wir blenden dann irgendwo noch den Swing ein, damit es einfacher ist. Ein paar Klicks nur. Und da kann man was gewinnen. Also nicht nur hier, den Award. Ich glaube, wenn man mitmacht, kann man auch was gewinnen. Eine Reise oder sowas, weiß ich aber nicht genau. Wäre nett, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr für uns abstimmt. Vielen Dank schon beim Voraus. Bis bald. 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 Wildlife. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017